für die einen ist es kuschelzeit für die anderen shooting time scheint spannend zu sein für arbeit immer noch alles wahnsinnig aufregend was neues was anders ist wenn ich mal was tue was ich sonst nicht tue naja aragon ist auch immer noch ein bisschen interessiert aber ist nicht mehr alles ganz so aufregend im leben gell wenn man die nase schon überall mal reingesteckt hat ja auch da liegen halt so kleine süße heidelbeeren rum vielleicht braucht sie dir ja dann irgendwann nicht mehr wie dann fertig ist vielleicht haben davon na klar doch ich stehe ja nicht so festen vom boden ich könnte gerne haben somit win-win für meine beiden kleinen süßen flankierenden maßnahmen da